moin herzlich willkommen zurück zu einem neuen part vom rollenspielprojekt schönbau von minecraft wir sind hier ein bisschen wandern gegangen um ein paar rohstoffe zu bekommen wir haben aber das problem dass wir schon alles wohl haben nach zucker nicht so und ja ich wollte ja weizen mitnehmen für kühe zum kühe zurück holen aber das habe ich leider auch nicht mehr erinnern hier ist ein farmer aber ja den kann ich ohne probleme töten so der droppt aber nichts spezielles natürlich genau wir wollen einfach ein bisschen wieso sind die hier so am glitzen das ist der grund wieso die glitzen das sind irgendwelche effekte von dem pf-launcher ja das ist jetzt nicht so gut wenn ich hier bin mit nur einer axt genau ja dankeschön dass der part so gut ankommt der erste die anderen habe ich jetzt gerade noch nicht hochgeladen bei mir und ich möchte natürlich gerne ein bisschen mehr machen können ich habe ja aber noch das andere pango bass projekt und dort mache ich einfach momentan ein bisschen pause da mich das ein bisschen deprimiert hat dass der mod gerade nicht die rohstoffe hat für das weitere main kolonies dorf weiter zu bauen es fehlen einfach gewisse rohstoffe nämlich die zäune aus entrindenden also entrinden des birkenstamm genau ist leider ein bisschen doof so jetzt können wir schlafen keine genüge gekillt zu viel killen und levels fahren muss sicherlich so und jetzt habe ich echt keinen platz mehr für die workbench ok also wir machen hier irgendwo ein punkt und gehen dann wieder zurück weil das ist einfach ein bisschen zu doof wenn wir so wenig platz haben weil wir werden sehr viel mehr platz bekommen über backpacks und die müssen wir dann einfach machen können vielleicht für eine angel fäden ja wir haben eigentlich genug essen aber was soll ich jetzt mal nicht mitnehmen nimm mal die weiße wohl nicht mit die werden wir genug dann haben wir wunderlich schlafen hm joos ist jetzt nicht so eine tolle welt also die biome sind nicht alle zusammen wie bei der testwelt aber ich habe den seed für hans funst von dieser welt ich habe sie aufgeschrieben ich habe die mods aufgeschrieben dann habe ich alles abkopiert und alles gelöscht und ja der seed war weg und das war nicht so tolle weil das seed eigentlich ja nicht so also er war es es war einfach ein riesen mangroven wald zum und zum und das war für mich schon interessant wenn man beginn grossen kirschblüten wald auf einem berg hatte und ähm ja vor allem einfach auch sünfe noch neben dran hatte die hat auch irgendwie zäden geworden sind ich meine ich suche immer am meisten einen zumpf weil ich einfach schleime so schnell wie möglich holen will und habe einfach mühe irgendwo einen zu finden mal schauen wie lange es jetzt diesmal geht ok ich sage nichts mehr ich will nichts mehr erzwingen entweder habe ich mega pech oder ich habe mega glück ob das ist ein hohn gegenüber den weißen lamas aber ich kann ja die händler haben sie haben andere texturen also die haben so dieses kleid an muss ja auch holen können irgendwann mal so sachen könnte ich ja zwischen den parts auch machen einfach irgendwelche tiere holen weil das geht ehlendig lange ich mache es irgendwie noch gerne aber es ist eben einfach ja man kann nichts erzählen man kann nichts machen dazwischen uah otto boh gut ja beim dritten part habe ich gemerkt ich war noch ein bisschen müde ähm ja ich möchte schon ein bisschen mehr rollenspiel machen in diesem projekt weil auf dem server kann ich dann meistens wahrscheinlich nicht gut und muss dann immer wieder aushelfen oder so sachen oder bauen ständig und ja ich möchte mindestens ein projekt haben das wirklich in minecraft auch rundspiel ist solange man natürlich auch nicht so viele mitspieler hat ok letzten paar war dieses tiefe loch und jetzt ist diese tiefe ähm schlucht riss wieso ist das eigentlich wieso sagen so viele zu den schluchten risse ist das kommt das aus dem englischen haben die gar keine schlucht doch die haben auch eine schlucht als namen aber ja heisst das einfach reef oder revine dort was heisst reef riss zerreissen heisst reef ok und ähm reef oder ravine heisst also eben reef heisst ding zerreissen und ravine heisst schlucht oder ich bin halt wirklich ohne zu lernen mit lernstoff eigentlich aufgewachsen englisch zu lernen und so sachen das ist natürlich bei mir gar nicht so sicher wenn man das nur so ähm erraten kann so die kann ich auch wegwerfen sachen die man immer wieder holen kann ohne wirklich die landschaft oder so zu zerstören sachen ähm tue ich eigentlich immer wieder wegwerfen wenn ich zu viel im winter habe also nur ein einzigen komm wir machen wir holen mehrere setzlinge ja die chance für setzlinge ist schon ziemlich niedrig geworden also ich dachte früher gab es eigentlich nie probleme aber stimmt dschungelbäume waren ein bisschen ekelig und hat die grossen bäume aber sie wurden irgendwie doppelt so ekelig lange ähm ja zum holen tja so wieder schwarzeichen noch mehr sumpf ich glaube der sumpf ist besser als der rechts äh nein nein eigentlich sollte es nicht Wasser sein sondern Gras also dieser sumpf und es sind zwei sumpf biome oder und einer spawnt echt schlecht schleime und es ist glaube ich swamp blend nein swamp blend ist gut wegen dem vielen land und swamp ist schlecht wegen dem vielen Wasserstellen genau so haben wir schwarze Wolle ne aber hier hatten wir gerade zwei schwarze Schafe ja jetzt kann ich ja wieder ein bisschen länger schneller rennen und mehr rennen weil ich ja mehr essen habe auch im Inventar habe ich gar nicht mehr gewusst jo so meine Lieblingsblume ähm möchte ich ja noch nicht mitnehmen aber ich könnte eigentlich hier auch wieder einen Weg machen sonst ich brauche ja immer wieder Schleime so einen Wegpunkt für die Blumen also wenn man Blumen mit Gebüschen und noch ein bisschen Laub und so kombiniert hat man schon einen wunderschönen Garten oder so Park ähm ne Hexe kann ich die gut erreichen ohne dass sie mich vergiftet und lassen wir die einfach mal okay der hat seinen Spaß der Frosch diese Kröte diese Kröte so ähm genau was haben wir denn sonst noch hier jo sehr viel Sumpf und einfach keine Nacht wieso sind Schleime so nachtaktiv einfach wegen der Challenge wahrscheinlich damit man halt noch Monster dazwischen hat aber hier würden dann genügend wahrscheinlich spawnen, hier ist Sand ähm ich war mir aber nicht hier weil ich hier im Sumpf vielleicht etwas machen möchte auch nicht die Blöcke abbauen oder so das machen wir also ein bisschen weiter weg weil wir ja teleportieren so jo ich habe gestern gar nicht so viel Zeit gehabt zum hochladen sonst wären gestern zwei Parts gekommen heute würden denke ich zwei Parts kommen können und vielleicht auch ein Live-Stream-Abend ähm von diesem ja Hack'n'Slay-Mod-Pack jo und genau ich möchte natürlich so viel wie möglich Minecraft spielen weil es mich einfach unglaublich motiviert es ist eigentlich immer besser geworden durch die neuen Blöcke durch die mehr Freunde für Server einfach die Bekanntheit für Server und so und hat einfach auch, weil es chillig und angenehm ist es ist nur einfach ein bisschen manchmal ja Schreck-Hinweise zu lange man muss zu lange irgendwo herumlaufen und ja man will ja etwas bauen können wir brauchen die Rohstoffe wir müssen es einfach ein bisschen machen der Baum sich zu cool ist ist das Ding dort es sieht aus als er wollte da ein Schungel dort sein aber es ist nur ein ähm ein Ding okay, dort ist ein Dorf wir gehen hinten durch oder so oder wir gehen dort ja gut wir gehen mal kurz zurück und gehen dann wieder in den Sumpf so das ist mir ein bisschen zu umständlich es hat ein bisschen Performance Probleme weil einfach dieses Optifine ein Bug hat aber ich werde eventuell dann Optifine wieder installieren können so und das andere Sodium heißt es genau ähm stürzt halt ab so also hier ist es gar nicht mehr abgestürzt war das jetzt im Part ich habe jetzt ein paar gar nicht mehr ganz geschaut wo es die Abstürze gab oder im Test Part ich glaube eher im Test Part das ist ja gut wenn ich die nicht zeigen muss ja also wir haben jetzt eigentlich vor die Kühe zu holen die Musik ist ein bisschen zu leise sehe ich gerade die ist jetzt bei mir zu laut und bei euch auch irgendwie zu leise noch hm schwer einzustellen weil ich wie kennen Hörscher anbekomme ich kann aber auch leise spielen und dann wieder Hör machen so das ist ein Haus das sieht so nach dem aus nach Wolle ähm hier ein bisschen Tchalala Musik also hier haben wir Kühe sind es zwei dort drüben hätten wir Kühe ja nehmen wir die da oben gut also jo ähm so Minecraft kann wirklich auch eben eine Arbeit sein die nicht jedem gefallen tut in einem Rollenspielprojekt ist eben auch nicht immer so gut Rollenspiel machbar dafür fehlen einfach so Attribute Skills ähm Fähigkeiten die man lernen kann und so aber ja es gibt Plugins also MCMMO gibt es diese Plugin aber das kostet glaube ich monatlich oder so ich könnte es bezahlen und dann einbauen und dann haben wir etwas Besseres zum Rollenspiel machen als hier im Singapare aber ich bemühe mich hier auch wirklich meistens so zu verhalten und einfach auch Spaß zu haben dadurch so also ich möchte natürlich dass ich hier Munster spawn also das sieht schon geil aus so ein Baum hier ja wir müssen einfach ein bisschen noch anders wieder das Holz weg äh die Blätter weg bekommen ja sieht eigentlich gut aus oder hier ist irgendwo auch nochmal so ein Holzblock ich erkenne das aber nicht so naja hier sieht schon schön genug aus der Anspruch kann auch sehr hoch sein an Minecraft klar aber ich finde es so toll dass Leute so ja den gefallen haben zu Minecraft ich könnte eigentlich hier so ein Regal oder so hinstellen aber hier eigentlich nicht unbedingt ein Fenster das einfach den Hügel zeigt gut dann haben wir noch das Holz Holzstämme jetzt muss ich aber irgendwie da hochkommen hm wo ist das Beeknall haben wir das alles aufgebracht das ist doof müssen wir noch mal ein paar fällen und ich habe halt schon Lust mit Dorfbohnen etwas zu machen das ein bisschen mehr als nur eine Farm ist die sind ja immer eingesperrt und ja es ist immer so einfach wie möglich wieso machen Spieler Minecraft so einfach wie möglich ich weiss es ja sie wollen sehr viel und schnell die Projekte durchmachen was sie planen und ja sie wollen natürlich irgendwie auch die Zuschauer nicht so lange hinhalten mit einem Gebiet sie wollen die Ballen auch zeigen und so weiter das ist wie so eine Art Ding ich bin es eben am am lernen aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so extrem nicht damit verfassen oder das mir ist es immer sehr langweilig wenn die ganze ständige mit Retztun herumhantieren das ist wie eine Sucht oder so etwas und das brauche ich nicht also eben sag mir was ich machen soll wo oder wie und ich mache es ich schaue mir einfach Tutorials an und kannst du hoffentlich machen sonst müsst ihr mir einfach helfen aber ich mache vor allem wirklich Projekte die halt auch ein bisschen dauern dafür aber dann wirklich auch schön aussehen also wirklich sehr schön bauen und den Spass eigentlich mit Abwechslung und so hohen mit tollen Sachen aber ich dürfte gerne sagen wie ihr das so denkt ja das nimmt mich Wunder weil sehr viele halt wirklich da technisch wirklich sehr interessiert sind aber ist ein Spiel ist ein Survival Spiel wirklich so viel Technik also muss da die Technik sein oder kann man darauf auch verzichten darauf ist es irgendwie wichtig dass ich es mache oder andere ähm ja eben zwischendurch oder wenn man jetzt gerade nicht so die Zeit hat ja das ist doof dass wir hier oben eigentlich die Fenster umso zubauen ich mache jetzt hier mal das Fenster weg das hört mich sonst nur hier kann ich ja Fenster machen und hier muss ich einfach mal kurz mich hochbauen können ja Sicherheit im Bau ist wichtig sonst gibt es Baupush im Bau so sehr sicher ich weiß ich kann auch falsch platzieren ist sicher gut also dann haben wir hier wieder hoch das ist jetzt einfach so ein schlichtes Gebäude à la Drago Basler das habe ich sozusagen jo schon von Anfang an aber ein bisschen anders gemacht und ähm ich möchte es eigentlich nicht irgendwie anders machen weil es eigentlich für mich perfekt ist das ist es man hat genug Licht man hat Synchronität man hat auch ein paar andere Sachen wie zum Beispiel ja mal Wände also es muss nicht immer ja parallel sein so ähm gut ne die Schere brauche ich der Fisch könnte ich eigentlich reintun was haben wir denn so für grüne Sachen machen die alle so einfach mal grün misch äh sortieren ja die BKnotes brauche ich leider noch Kirschblät in der Frette auch ähm ich muss langsam den Keller aus rausbauen so ja genau deshalb mache ich nicht gerne überall Eingänge wegen dem Fenster na gut so Wolle haben wir immer noch nicht so viel da müssen wir noch ein bisschen sparen Ritterboden wäre sehr schön da in dieser Farbe aber das würde dann so gleich sein ähm ich könnte eigentlich jetzt auch den Birchenschamm noch ein bisschen so mehr Holzkohle machen dass wir Facken dann haben fürs in den Boden reingehen und jo genau noch das Weizenfarmen für die Kühe und dann holen wir noch kurz die anderen Sachen die Sitzlinge auch merke ich immer wieder die Leute haben echt manchmal so Speedrun mäßiges Gameplay ähm ich will es einfach anders machen und von jo anders interessanter aber ja da dürfte ihr gerne ein bisschen kommentieren ja YouTube ist wirklich langsam auch ein bisschen verlassen also ich hatte früher viel viel mehr Zuschauer die wirklich auch geschrieben haben ähm wo wirklich die Videos lange angeschaut haben und nicht so im Durchschnitt 6 bis 10 Minuten rund 30 oder oder ähm waren englische Zuschauer oder so ich habe sehr viele englische Zuschauer durch Last Epoch und jo da merke ich einfach so langsam ein bisschen jo die Deutschen die typen sich nicht mehr so auf YouTube äh wo Let's Plays Ding oder die sterben eigentlich im Deutschen langsam wirklich aus und im Englischen sind sie eher so Longplays oder ähm ja einfach ähm Gameplays ohne zu reden ja die Wohle kann ich auch drüben nehmen so nach drüben in die Fotokiste also gut also da können wir eigentlich auch eine Kiste machen ich könnte so ein macht es glaube ich in die Richtung ja das See werde ich ja sowieso abbauen oder in einen See verwandeln und ja wir haben zu wenig große Kühe wir könnten eigentlich unten drunter das geht ja nicht kaputt oder da noch so einen Block machen einen Weizenblock aber wir haben keinen wir müssen noch ein bisschen sparen das ist auch so für Natur also jetzt haben wir genug Kohle ähm mehr muss ich eigentlich hier nicht mehr machen also gehen wir zum Sumpf die Bett ist dabei okay also in welche Richtung in die Richtung muss ich gehen also irgendwie hat Minecraft extremste Ladeprobleme ohne irgendwelche Mods die halt die Performance verbessern aber ich denke es liegt auch an ähm wow ähm ja es ist schon wieder jetzt muss ich kurz nachschauen Bobby genau Bobby ähm das ist leider einfach wegen der Sichtweite dann habe ich ein bisschen weniger Sichtweite aber das ladet halt Texturen also extremst langsam dann was schon fast überfordert ist durch das mega generieren von Texturen in der Entfernung ja gut also ich ich nehme das wieder raus denke ich mal solange ich nicht beide guten äh also Optifine oder Iris verwenden kann ich kann ja Sodium nicht gut ähm benutzen es stürzt immer ab deshalb ja muss ich da einfach auf Iris verzichten weil das braucht Sodium so und dann pjo gut also wir haben jetzt endlich noch zwei weitere Holzarten das Akazienholz möchte ich eigentlich relativ schnell ähm benutzen fürs Bauen und das was haben wir da noch naja das Fichtenholz haben wir schon geholt ähm ist einfach so ein bisschen dazu da um als Holz Stamm bebaut zu werden weil ich da einfach so die Farbe nicht ganz fest so mag ähm ja weil so ein Mischding ist zwischen Eichen und Schwarz Eichenholz okay hier ist sehr viel grobe Erde sehr interessant ähm zersaust ist aber naja das ist selten okay hier hat's ja hier hat's drüben gut also dann müssen wir mal das Ei wegmachen die Hühnchen und die Blümchen ich hab schon fast eine Sucht nach Baumaterial bekommen also ich bin auch ein bisschen süchtig in Minecraft das ist extremst wie ich einfach dieses eine Theoret mitnehmen will obwohl das eigentlich überall in dem Hintergrund gibt das ist so extremst ähm ja es gefällt mir einfach so sehr ich weiss vielen gefällt es nicht so sehr mir gefällt es irgendwie so diesen so zu wild aus so dreckig aber diese Mods die gefallen mir so sehr das ist extremst beim Physiksmod hier haben wir einen Blumenwald sehr gut welches Stück haben wir okay ähm von den Akaziensetzlingen und was ist da ab ihnen ich dachte schon ein Lama oder so etwas aber ich hab nicht den Kopf gesehen also hier haben wir wirklich Glück da ist die Welt eigentlich ziemlich ähm unterschiedlich aber nur gerade hier also wir brauchen einfach ein bisschen länger in diesem Bereich um irgendwelche Baumaterialien zu holen aber dann haben wir wirklich auch eine schöne Story hinter uns so pulpen sind ja relativ selten ich nehme die lieber mit und auch diese hier ähm Lauchstange äh Zierlauch genau die habe ich sehr gerne manchmal so äh zwischendurch also das ist eine Blume die wirklich Dekomässig gar nicht mal so viel äh gesetzt werden muss aber wie selten sind denn Blumenbiome dass ich da immer wieder so mega Freude habe drauf keine Ahnung weil ich einfach Blumen im Real Life mag das ist ein gutes Dekomittel und ich muss natürlich den vielen Frauen die ich habe halt immer wieder Blumen gebe kaufen als Gentleman ja ich bin momentan mehrheitlich mit Frauen unterwegs weiss nicht wieso ich weiss ja einfach er kann hier in Rheinach Baselland von Basel Schweiz gibt es einfach viel zu wenig Männer die sind alle in Basel oder irgendwo weiter weg und ständig Dauer arbeiten und ich bin ja jetzt momentan auch nicht so aktiv am Sport machen dass ich jetzt sagen kann jo da die die noch äh normale sind und nicht vor dem PC hocken die sind ähm halt einfach dort und bleiben dort weil sie so viel Sport machen müssen die müssen ja auch Erfolg haben und ich als Teilzeit äh PC Gamer und ja der einfach keinen Shop hat und so hab genug Zeit und dann noch ein bisschen ja 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 eher einsam oder so ein bisschen durch die Welt zu streifen selber auch hart zu trainieren aber immer wieder Pause mache und ich Leute treffen will aber was treche ich an alte Menschen also das ist einfach in der Schweiz so weil der Schweiz einfach so ein mega Luxusland ist das ist meistens sehr sehr deprimierend vor allem alte Leute haben dann extreme Einsamkeit oder und es ist einfach viel zu teuer man geht nicht mehr in Bars man geht nicht mehr in Clubs man macht halt einfach gar nichts mehr okay einen großen Wald habe ich auch entdeckt ähm Mega Tiger gut haben wir noch das Boot ja sehr gut also ich möchte einen Dschungel haben aber das ist wahrscheinlich nicht in die Richtung hier könnte ich vielleicht ein bisschen Sand dann mal fahren und das muss jetzt noch nicht so schnell ja okay für die Fenster muss das so schnell sein und der Berg den schaue ich jetzt schon zwei ja nicht zwei Minuten aber wirklich schon zweimal an und ja der gefällt mir sehr okay dort hingehen wir mal so ich schaue mal dass ich mal so zwischendurch einfach in den Parts am Ende ein bisschen herumreisse dann müssen die meisten das gar nicht mehr anschauen wo dann schon ein bisschen deprimiert sind scheinbar naja ich will ja natürlich euch motivieren also sagt mir unbedingt was ich mich für wie ich mich verbessern soll natürlich in der Stimme und so ist es ein bisschen schwierig als Schweizer da ständig hochdeutsch flüssig zu reden und richtig aber ja davon lerne ich natürlich auch sehr wie auch etwas beigebracht wird und ja von der Stimme her ist es einfach momentan halt noch ein bisschen schlimm von den Heizungen her genau diese Teile muss ich anpflanzen ich möchte gerne da die Blöcke machen das sage ich aber noch nicht so viel was ich vorhabe mit den Blöcken es ist zu meinem aber ein grosses gutes Baum äh also ja wie sag mal denn Verbrennungsmaterial genau und jetzt gerade leckt es immer mehr weil die Sichtweite immer extremst ist also ja solange die Sichtweite so gross ist tut es manchmal einfach laden oh geil die mag ich die mag ich auch nur schnell gut dann haben wir einen super Schatz noch gefunden wirklich super und ja im nächsten Part haben wir dann hoffentlich auch noch Dschungelholz der Rest muss ich nicht mehr haben also wir haben noch eine zweite Kiste genau also ich denke und Wassergras nehme ich einfach dann wenn ich Skikröten habe die brauche ich jetzt nicht so könnte aber auch unterirdisch irgendwas dekorieren klar dann setze eine Suppe für das Ei so und jetzt hoch man ist so schnell ertrunken wenn das so schnell geht die können das auch auf halben hey was ist denn los zwei Portale okay ich höre hier auf haben wir gerade eine gute Aussicht ich hätte den Berg aufnehmen sollen ja hier hinten gut Dankeschön und bis zum nächsten Mal euer Drago Basler tschüss 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 Vielen Dank.